Leute, ich war vor kurzem in New York und ich zeige euch heute mal, was ich mir so dort geholt habe. Ich habe mir wirklich dort nicht viel geholt, aber es war wirklich eine echt nice Zeit. Wir starten mit dem unspektakulären. Ich habe mir bei Uniqlo ein ganz normales Flanellhemd geholt, hat ein nices Muster und ich brauchte was zum Überwerfen. Ebenfalls bei Uniqlo habe ich mir noch dieses Aerism T-Shirt geholt und ich war echt überrascht von dem nicen Fit. Ich muss an der Stelle auch sagen, die beiden Sachen habe ich mir eigentlich nur geholt, weil mein Koffer zu spät ankam zwei Tage und ich brauchte halt ein paar Sachen. Außerdem habe ich mir diese Socks Cappy hier geholt. Ich brauchte einfach eine Cap, die man zu allem tragen kann. Kommen wir aber mal zu dem Highlight für mich. Ich hoffe, die Kamera macht es mit. Und zwar haben wir hier einen Fear of God Essentials Sweater in komplett schwarz. In Deutschland bekommt man Essentials leider überhaupt nicht mehr. Fit von dem ist wirklich sehr nice. Der Hals ist noch ein bisschen eng, aber ich denke mal, das wird sich auflockern. Außerdem hat er zwei versteckte Seitentaschen, was ich ein wirklich nices Feature finde. Ein sehr, sehr gutes Piece, was man einfach gut so im Alltag tragen kann. Was soll ich sagen, das war es mit den Pickups. Der Großteil des Geldes ist einfach fürs Essen draufgegangen.